Hi, ich bin die Anna und seit circa vier Jahren bei den CloudWorkers. Früher lebte ich in Deutschland, war angestellt in einem Unternehmen mit einem ganz normalen 8-Stunden-Tag, 40-Stunden-Woche. Mittlerweile mache ich Dauerurlaub. Ich lebe nämlich in Spanien, bin mein eigener Chef und arbeite, solange ich möchte und verdiene auch so viel ich möchte, denn die Auszahlungen bei CloudWorkers sind einfach immer pünktlich und ich bin total zufrieden damit. Bewirb dich, es lohnt sich wirklich.